Kopf hoch, Borussen. Es gibt noch 18 Bundesliga-Punkte zu holen. Also schnappt sie euch. Alles zur Partie in Paderborn, jetzt in unserem Spieltagsmagazin. 29. Spieltag. Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn. Was für ein Kontrastprogramm. Am Dienstag noch gegen den Tabellenführer gespielt. Und jetzt am Sonntag gegen den SC Paderborn. Über dieses Spiel möchte ich sprechen. Und zwar mit einem Mann, den ihr hier schon seht. Herzlich willkommen, Thomas Delaney. Thomas, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Dankeschön, natürlich. Thomas, ihr seid jetzt am Ende einer englischen Woche. Drei Spiele in neun Tagen. Was sagt dein Körper? Wie geht es dir? Ich könnte das leider spüren gegen Bayern. Halbzeit war ich schon kaputt. Mein Körper hat abgesagt. Aber Knie und Sprunggelenk ist schon immer noch gut. Keine Verletzungen in der Seite. Und schon gut. Oh, schön. Ich fand, das war ein absolutes Topspiel am Dienstag, was wir da gesehen haben von beiden Teams. Kleinigkeiten haben meiner Meinung nach das Spiel entschieden. Wie lange beschäftigt dich so ein Spiel? Ja, in ein paar Tagen natürlich. Das war ein Knappspiel, wie du sagst. Und leider hätten wir nicht die letzten Prozente mit uns. Aber das war ein riesiges Spiel. Natürlich auch für uns entscheiden viele mit Tabellen und so. Und ja, leider war das nicht genug. Ja, leider. Immer so ein klein bisschen. Schade, schade, schade. Ich kann mir vorstellen, dass dein persönliches Fazit nach der Corona-Pause ganz gut ausfällt. Du warst lange, lange verletzt. Jetzt hat dich die Mannschaft gebraucht. Und du hast geliefert. Du musst doch total happy sein, dass du jetzt endlich wieder zeigen kannst, was du wirklich kannst. Ja, natürlich. Ich hätte natürlich ein bisschen Sorgen, weil sechs Monate ohne Spiel und dieses Programm hier, wo wir angefangen haben, mit zwei zusammen, dann vier, sechs und so weiter. Ich hatte insgesamt auf einem großen Platz elf gegen elf gespielt, dreimal 15 Minuten pro erstes Spiel in sechs Monaten. Das war natürlich... Ja, ich war klar, aber ich könnte natürlich besser trainiert haben. Aber ja, es hat schon gut gegangen und ich bin auch sehr zufrieden. Erstmal ist man ganz unsicher. Man weiß nach so einer langen Pause, erst mal, wenn man verletzt ist, nicht genau, wo man steht, aber auch nach den Trainingseinheiten. Man weiß überhaupt nichts, ne? Nein, genau. Weil Training ist natürlich viel anderes. Auch wenn wir spielen so ein Trainingsspiel, elf gegen elf, das ist etwas anderes. Die Stimmung ist nicht gleich, Tempo ist nicht gleich. Ja, in allen Kategorien ist das eine andere Welt. Natürlich hätte ich auch mich selber gefragt, ob das auch gut läuft. Aber ja, wir stehen hier und drei Spiele gespielt und sind immer noch gesund. Das ist sehr gut und sehr schön. Also unsere Nummer sechs ist wieder da und wir wollen euch zu diesem Comeback noch ein paar Informationen liefern. Da ist er wieder. Kämpft wieder. Dirigiert wieder. Thomas Delaney. So präsent, als wäre er nie weg gewesen. Doch das war er. 26. Oktober 2019. Das Derby in Gelsenkirchen. Sein letzter Einsatz in Schwarz-Gelb für fast sieben Monate. Im Länderspiel reißen danach mehrere Bänder im rechten Sprunggelenk. Der Weg zurück ist lang. Es gibt Rückschläge. Ich glaube, das wird so der nächsten Monate ein Kampf mit Schmerzen und so. Als es ausgerechnet wieder gegen die Blauen geht, hat sich Thomas Delaney zurückgekämpft. 204 Tage nach seinem letzten Einsatz in Schwarz-Gelb ist er so präsent, als wäre er nie weg gewesen. Thomas, 204 Tage. Wie hast du dich in dieser langen Zeit selbst motiviert? Ja, wir können meine Verletzungen teilen. Sprunggelenk, Band abgerissen. Das war erste Verletzung mit Nationalmannschaft. Das war natürlich nach so einer schönen Zeit, qualifizierter zum EM, ein bisschen traurig. Aber trotzdem, so eine Verletzung, dann weißt du schon, wie lange das dauert und ungefähr, wie dein Reha sieht aus und so. Ich hätte alles planiert im Urlaub mit dem Trainer und in Dänemark. Aber das große Problem für mich war die zweite Verletzung, weil das war so ein bisschen mehr, wie sagt man, unkontrollierbar, weil nichts war gerissen. Es war einfach Flüssigkeit im Knie und tut immer weh und kommt zurück. Dann trainiere ich ein bisschen, kommen noch Schmerzen. Das war eine schweren Zeit, weil das Frage, wann ich das Frage bekommen hatte, im Trainingsgelände, so Thomas, wann bist du zurück? Hätte ich immer gesagt, nächste Woche, weil das war immer ein Gefühl. Mein Gefühl war immer so, es ist nicht so schlimm, nächste Woche bin ich dabei, aber dann kommt nächste Woche und war wahrscheinlich ein bisschen besser, aber dann ein paar Tage später noch Schmerzen und noch begrenzt. Das war ein richtig schwerer Zeit. Und natürlich, das war das drei Tage vor dem Schal gespielt, wo der Liga abgesagt war, war ich voll dabei und fit und gesund. Und dann kommt diese Pause. Das war natürlich ein bisschen blöd. Das kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt bist du wieder da, jetzt bist du wieder dabei. Wir schauen auf Sonntag, es geht gegen Paderborn auswärts. Was glaubst du, was wird das für ein Spiel? Das wird ein gutes Spiel für uns, denke ich. Natürlich anders als Dienstag. Aber ich denke schon, dass wir, wir haben es schon gut gemacht nach dieser Pause und sehr gut gespielt. und ich hoffe auch, dass wir, wir sehen die gleiche wie in den zwei ersten Spielen, dass wir viel kontrollieren und viel Ball besitzt haben und kreieren einfach viele Chancen und auch Tore. Es ging zuerst gegen den Tabellenführer, jetzt geht es gegen den Tabellenletzten. Aber die Anspannung, Thomas, da gibst du mir sicherlich recht, muss immer die gleiche sein, sonst verlierst du, ne? Ja, klar. Und das ist auch ein großes Thema in diesen Seiten, wo die Fans nicht dabei sind. Das muss von innen kommen, von deinem selber, von innen der Mannschaft und vom Trainer, dass wir da sind und alles bringen. Weil das ist natürlich ein bisschen wie Kinderfußball im Moment, dass wir spielen, weil es Spaß ist und wir müssen alles bringen, ohne Frage, ob der 80.000 steht oder 25 Securities. Das ist so, wirklich, ja. Also wir hoffen natürlich, dass schnellstmöglich wieder Zuschauer zu den Spielen dürfen, weil das ist letztendlich dann doch das Salz in der Suppe. Also Tor oder nicht Tor gibt es heute nicht. Trotzdem gibt es ein Spielchen. Thomas gegen Nobby. Es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten. Du oder ich. Und ich bin mal gespannt, was diesmal für Fragen kommen. Die erste Frage, eine Fußballfrage, Nobby. Wer von euch beiden hatte bei seinem Bundesliga-Debüt am Ende das bessere Ergebnis? 3, 2, 1, 1, sorry. Beide sagen Nobby und die Antwort ist auch Nobby, denn Nobby hat in der Saison 84-85 mit dem 1. FC... Richtig. Thomas dagegen hat, kannst du dich noch erinnern, welches Spiel war das? Bayern? Nee, wir waren es. Oder das war Dortmund. Okay, ich kann nur erinnern, wir haben zwei Schwerspiele am Anfang. Genau, das war eine 1 zu 2 Heimniederlage gegen den BVB. Für Werder hat damals Bartels getroffen und für den BVB Schürrle und Piszczek. Zweite Frage. Wer von euch stand bei seinem Bundesliga-Debüt länger auf dem Platz? 3, 2, 1. Beide sagen Thomas und haben wieder beide recht, denn... Ich habe drei Minuten gespielt, glaube ich. Völlig richtig. Du hast drei Minuten gespielt und Thomas hat durchgespielt. Du wurdest in der 87. eingewechselt für Pierre Lebowski. Ich kann dir noch eine Geschichte erzählen. Hier darf ich dir erzählen. Thomas, die ist wirklich wahr. Ich war ein ganz junger Spieler. Und ich komme aus dem Sauerland. Das ist wirklich sehr ländlich. Und ich habe drei Minuten gespielt und wir waren Tabellenführer mit dem 1. FC Köln. Und dementsprechend war auch die Siegprämie hoch. Die war gestaffelt. Und ich war vorher bei der Bundeswehr, dann hat man so 400 Mark hatte ich damals verdient. Und dafür gab es vierstellig für den Sieg. Und da habe ich gedacht, in dem Beruf musst du länger bleiben. Das ist echt... Ja, jetzt bin ich schon ein paar Jahre dabei. Zwar jetzt nicht so lange als aktiver, aber doch bei einem Bundesligisten. Jetzt bist du Moderator und unter anderem. Und Thomas war bei dir im Feiertagsmagazin, aber erst einmal zu Gast. Die anderen beiden Male hat Ovo moderiert. In dieser Sendung, in der er bei dir zu Gast war, im Zweikampf. Wer von euch beiden hat den gewonnen? Was war das denn für ein Spiel? War das, äh, warte, war das Tor oder kein Tor oder war das? Es war Dönekes mit Fritz Lünschermann. Drei, zwei, eins. Das ist wieder richtig. Thomas hat gewonnen. Zwei zu eins. Also drei zu drei. Alle drei richtig. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, dann schauen wir mal auf den neuen Zwischenstand. Es ist jetzt 46 zu 45 für mich. Also ich konnte die knappe Führung behaupten. Bin ich froh gegen Thomas. Es ist ja auch nicht so einfach zu spielen. Er ist ja defensiv sehr stark und spielt länger als drei Minuten. Also das war es fast schon wieder, Thomas. Eine Frage habe ich dennoch an dich. Da, wo du auf dem Platz stehst, geht es ja meistens richtig zur Sache. Das zeichnet dich ja auch aus. Am Dienstag hießen dann die direkten Gegenspieler Goretzka und Kimmich. Aber wer war denn so in deiner Karriere ein Gegenspieler, wo du gesagt hast, boah, der war wirklich sehr, 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 sehr gut. Der war der Beste. Gibt es da jemand? Ich bin ein Fan von Pirlo. Und das war natürlich auch ein großer Traum, das man mir gegen Juventus gespielt hat. Und ja, er war echt gut. Schlitzohr auch, ne? Ja, ich kann erinnern, der Trainer hat gesagt, pass auf, er macht immer so einen Schussfinde und zieht der Ball nach seinem Standbein. Und wir hatten einen Stürmer, der musste so draußen von Feld stehen am Ecken. Und Pirlo bekommt der Ball da draußen von Sechsen, Sechsi-Meter. Und er legt an zum Schuss, macht natürlich die Schussfinde, macht das dreimal nacheinander. Und unser Spieler, er ist ein Superspieler, wahrscheinlich nicht der beste Verteidiger, aber auch ein Superspieler. Und jedes Mal hat er einfach gesprungen. Es ist so ein, ja, einfach, wir wissen alle, dass er ein guter Spieler ist. Ein überragender Spieler, ja. Natürlich auch ein Ikon. Das stimmt. Und zu Recht. Also, alles klar, Thomas. Nochmal vielen Dank. Bleibt vor allen Dingen gesund. Holt noch viele Punkte für den BVB, dass wir in die Champions League kommen. Das hoffen wir natürlich. Fangt er am Sonntag am besten an. Ich glaube, das wird schon ein schönes Kampfspiel gegen Paderborn. Ihr zu Hause drückt natürlich unseren Jungs auch die Daumen. Wir brauchen den nächsten Dreier. Das war es hier jetzt vom Spieltagsmagazin. Und von Thomas Delaney. Mach's gut. Bis bald, Thomas. Wir sehen uns nächste Woche. Dankeschön für die Einleitung. Tschüss. Tschüss. Danke. Das war es. Vielen Dank.